Halloween Sei wachsam, wenn schaurige Kreaturen und Ungemahe in den Gassen lauern und heische Bräuche zu befürchten stehen. Denn manch arglose Geschöpfe wurden dazu mal am letzten Abend des Weinhundes Erleben zu teilen, welches die Beinkleider durchdringend benetzen ließen. Erzählungen solcherlei gestalten, die sich aus diesem Unbild einer frivolen Lust ergötzen, haben wir hier für dich zusammengetragen. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017